so hallo liebe kinder letzte woche hikes leider nicht geschafft wegen arbeit ja auch zu hause muss man was machen ich hoffe ihr habt trotzdem die übungen aus dem link einfach ausprobiert die waren zwar für ein paar größere kinder aber ich glaube ein paar übungen habt ihr auch so hingekriegt ja ich bin jetzt einfach hier lang gejoggt an unserem verein und habe mir gedacht was kann man denn mal machen wenn wir übungen machen wollen wenn wir keinen ball dabei haben deswegen ruhe ich das einfach mal jetzt hier oben auf unserer terrasse mal gucken ob ich das mit dem handy jetzt irgendwie hinkriege dass man auch was sieht ich hoffe der Ton ist auch ok also ihr könnt einfach in den Liegestütz gehen und am Anfang einfach manchmal wechseln hätte ich und links mit den Füßen immer schön im wechsel wenn wir dann fertig sind kann man das gleiche auch mit den beiden Füßen machen und zurück und zählt am besten mal bis 10 als nächstes können wir auch in die Liegestütze gehen auch hier 10 bis 10 Sekunden halten eins zwei drei vier fünf sechs sieben acht neun zehn wenn er kurz nicht mehr kommt kurz Knie ab auch mal die Arme ausschütteln und dann kann man auch gleich wieder die nächste Übung machen zum Beispiel einfach ein Arm nach vorne halten eins zwei drei vier fünf dann wieder den anderen Arm auch hier wieder eins zwei drei vier fünf und was wir mit dem Arm machen können kann man auch mit dem Bein machen ein Bein hoch eins zwei drei vier fünf und das andere Bein eins zwei drei vier fünf und damit wir das noch ein bisschen was für die Hüfte machen können wir auch ein bisschen aufdrehen Oh mein anderer Arm ist jetzt aus dem Bild einfach den Arm nach oben strecken wieder fünf Sekunden halten und das von der anderen Seite auch das kann man fünf Sekunden machen wenn wir zwischendurch immer nicht können kurz abstützen Arme ausschütteln ja so was kann man machen Liegestütze cool jetzt einfach aus für den Anfang können wir die Knie auf dem Boden lassen und fünf Fliegestütze machen wenn ihr merkt das klappt super Knie hoch und das ganze nochmal eins zwei drei vier fünf super okay das war ein paar Übungen von mir wenn ihr mal keinen Ball habt könnt ihr auch gerne im Wald machen oder auch auf einer Parkbank ja entweder die Arme auf die Parkbank oder andersrum die Füße auf die Parkbank ist man ein bisschen schwieriger wenn es schräg ist ansonsten wünsche ich euch ein frohes Osterfest ja bleibt gesund bleibt fit euer Tommi ja 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 ja